...iständig von den Buchenlaufbergen des Lienerwaldes begleitet, tiefer in das Gebirge hinein, so einsam, dass man in der entferntesten Landruhe zu verweiden vermeidet. Das Haupttal, welches von Habersdorf nach Mauerbach zieht, hat ein paar ungemein reizende Seitentäler, Heimbach und Steinbach. In beiden sind nur wenige Häuser, aber höchst anmutig probierte Höhen und Gebüsche. Von Heimbach sind bis Habersdorf schöne Pfade durch den Buchenwald angelegt. Und wunderbar ist es, welch stille Weiteinsamkeiten, tiefe Talschnitte, mit dem kleinen, kühnen, wässerlein, schattende Baumhänge und idyllischen Driften man zwischen unbenannten Hüngepunkten trägt. Alles war von Nachbust und der Unterhaltung des Gauskopfbänden am Ruhigsteam. V Heimbachu do Mauerstdorf, co do Bukový les, je budovány krásné pěšiny a je úžasné, s jak tichými lesnými samotami, hlubokými zolákninami, s malými chladnými tůjkami, stinnými zvahy a idritskými pěšinami, je možnost na těchto vrcholicích skrtkat.